In «The Neon Demon» dreht sich alles um Jessie, die in L.A. Modelkarriere machen will. Sie zieht in ein schäbiges Motel, das vom dubiosen Hank geführt wird, und findet schnell eine Agentin, die sie von einem Job zum nächsten hetzt. Doch mit dem Erfolg kommen auch nieder. Ihre Modelkolleginnen mögen ihre Jugendlichkeit nicht gönnen. Und so wird es schon bald gefährlich für Jessie. Ein spannender Horror-Thriller mit Al Fanning und Keanu Reeves. Untertitelung des ZDF für funk, 2017